Einen wunderschönen guten Hallo meine Lieben und freundlich auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lucky Rush zusammen mit dem Early-Bow und dem Extremverzockt. Hallo! Nicer Double Time. Wunderschöne Basen gebaut und ich hab mir auch eine wunderschöne Basen gebaut. Nicht. Also hab ich, hab ich, hab ich wirklich. Hast du, hast du nicht. Hast du nicht. Hab ich wirklich. Lucky Elimination bedeutet so viel wie ne Wolle vom Gegner klauen, nutten und kann ich mich irgendwie heilen. Nein, scheiß drauf. Guck mal, ich fang zusammen mit dem Risiko. Ich würde, oh mein Gott, was hab ich da bekommen? Ein Neon Sword plus 500 Detect Damage. What hab ich hier bekommen? Ich habe jetzt mittlerweile eine, ey! Fischis! Noch viele Fischis! Ich brauch Leck 2, oh. Alter. Okay, die Mining-Quet-Yuge muss ich ausschalten. Bedauerlich. Okay, okay. Wir bringen uns kurz um. Was auch immer ich hier alles bekommen habe, es sieht geil aus. Ich habe gerade einen Killer-Rabbit gehabt. Das ist doch nicht cool. Nein, schau wieder. Geh weg. Okay, jetzt hat keiner Angst, was wieder am Anfang Katerbomben. Geh weg, hör auf mich zu verfolgen. Geh weg. Geh weg von Katze. Daumen Rüstung anziehen. Wow. Ich habe hier eine Zombie-Armee, Alter. Guck mal zu mir rüber. Was hast du getan? Ich habe hier eine Zombie-Armee. Geh weg, Alter. Och Mann, ich sterbe gleich wieder. Was ist das? Ich will, dass der Guardian von mir weggeht. Aber hier, der kommt nicht raus. Jetzt, tschüss, macht's gut. Ich frage mich, wer bei Mojang diese Töne von den Villitern eingesprochen hat. Immer so. Hm? Hm? Das ist wirklich die Frage. Hat das jemand eingesprochen? Au. Oh Gott. Das hat, das hat Fritzel gemacht. Das war nicht besonders freundlich. Nice, Gigaboots. Oh mein Gott, fuck. Ich sterbe nicht. Wie oft funktioniert das jetzt noch? Was denn? Warum, wie oft kommt denn Zeus mit seinem Blick jetzt? Das dauert lang. Das ist assi. Oh, da springe ich von der Map. Aber ich habe keinen Bock drauf. Das bringt dir nichts. Doch, ich habe eine Zeit. Ich habe die Gigaboots. Oh mein Gott. Alter Schwede, ich bin hier voll gehandicap, deswegen. Ich werde gerade in die Luft geschleudert und komme nicht mehr auf meine Base zurück, toll. Das ist doch nice. Oh, schon wieder. Was war's? Das war ich. Hä? Aber wir sind noch wen in die Luft teleportiert worden? Ja. Aber wir sind zwei. Ich werde richtig landen, ich werde richtig landen. Ich werde auch richtig landen und ich glaube, ich überlebe das. Ich überlebe das. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ich bin stolz auf dich. Du hast aber trotzdem gemein, dass du das geschafft hast. Kann dieses Scheiß, will ich jetzt mal runter fliegen? Dankeschön. Oh, ich habe ein Goldschwert. Toll. Das ist das Stärkste, was ich jetzt habe. Das ist wunderschön. Freut mich. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe keine Blöcke dafür. Was bringen einen diese Social Media Lucky Blöcke? Da sind Rüstungen dabei, die einfach plus 3000 Thorns oder so haben. Ich dachte schon, da wäre ein Twitter-Post von Early Boy gemacht. So, okay. 3000 Thorns, das heißt, ich kann keiner killen. Beziehungsweise doch, ich kann niemanden killen, aber er stirbt halt auch. Da ist Puppler an. Ich habe einen Rage-Grid-Block. Ich bin ja nicht sicher, ob das gut ist, aber ich wäre aufs Klima weg. Ich benutze ihn mal. Ich habe 5 Block auf Dimens bekommen. Es war einfach ein minus 100 Luck Lucky Block. Oh mein Gott. Nicht ernsthaft jetzt. Sind das Fake Lucky Blöcke? Da steht Luck minus 100, den habe ich gerade aufgemacht. Und ich habe ein Letters da bekommen. Soll ich Kuchen bekommen. Welche? Von was denn? Von Time Machine. Ja, ja, die sind umgekehrt. Also alles minus ist gut. Generell bei Time Machine oder was? Ja, ja, genau. Ah. Und wenn du die aufwertest, kriegst du eine Scheiße. Ah. Das ist cool. Das ist TNT. Ich komme hier nicht weg. Oh, ich bin weggeschossen. Alter, das hat nur einer Frisang. Ich hätte die Sachen zwar nicht öffnen müssen. Das ist ein Hühnchen. Cool. Okay. Alter. Ach, komm schon. Nice. Ich baue mich jetzt in die Mitte. Alter, aber ich meine, diese Kiste war aber scheiße in die Mitte, Alter. Was ich hier bekommen habe, Alter, das ist unnormal. Ja, dann wirst du wahrscheinlich nachher jeden zerlegen. Jeden? Wow. Oh mein Gott, ich habe gerade gereimt. Wenn ich diese Sache ansgehe, dann bin ich übelst, oder was? Nein, du bist nie übelst. Ich bin... Habe ich dich gerade gedisst? Worte tun weh, Mensch. Auch Worte tun weh. Das ist einfach nicht nett, sowas. Doch. Habt ihr nie was getan, bis auf das eine Mal. So, ich habe ein Doom-Schwert. Damit werde ich euch weg-doomen. Was ist jetzt? Mach doch, das interessieren wir einfach nicht. Mach halt. Mach halt einfach. Ach toll, ich habe hier ein Brampolin gespawnt. Aber eine Menge Diamonds, was ich cool finde. Jetzt kann ich nämlich noch mehr Blöcke aufwerten, aber ich glaube... Ja, ja, wie er sagt, scheiß auf die Mitte, aber sich direkt in die Mitte baut, dieser Schlingel. Ja, ja, ja. Ich habe ihn gesehen. Wie er einfach... Als ob du die komplette Rüstung hast. Aua. Okay, cool. Ich habe alles, was es hier vorgibt. Das ist nicht nett, was jetzt gerade passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nicht nett. Da ist nichts gekommen, super. Oh, ich habe einen Wegenblöck. Ich möchte nur noch ganz kurz anmerken. Du, Alter, hier sind 1000 Lucky Blöcke. Äh, Netherblöcke. In der Bode, Mensch. Jemandblöcke sind hier gerade auch gemacht gespawnt. Was ist da gespawnt? Jemandblöcke. Schön. Oh mein Gott. Ich kann nicht kurz Lake 1 machen? Ja. Ja, auch rein. Dankeschön. Warum sterbe ich denn nicht? Jetzt geht es doch. Wie lange hält denn das Feuer an, dachte ich gerade schon. Also ich möchte ja nichts sagen, aber ich habe einfach gewonnen. Hä? Das ist aber keine Frage. Ach, die sind... Oh nein, sind die Time Machine Blocker hier gekehrt? Was? Sind das die, die umgekehrt sind? Ja. Ich habe die umge... Ah. Ich habe die aufgewertet. Du Depp. Hey, Momo. Ich habe die einfach aufgewertet. Okay, also ich mache mal diese Time Machine Blocks vielleicht nicht länger auf die Plusfünftiger. Ähm. Kann ich die irgendwie verschlechtern? Ich finde, das kann ich schon noch sehen lassen auf jeden Fall. Ja, doch. Normal Bob geht weg. Verpisst dich. Verpisst dich. Nimm ein Beepdisch. Geh weg. Oh, ich brauche kein Mensch. Was ist der Pufferfisch? Was kann ich damit machen? Was? Was? Ach, nix. Was mache ich mit dem Pufferfisch? Nein. Ich brauche Leck 2. Dann mach. Ich kann es erst, wenn ich respawne. Nein, ich fall runter. Was soll der Dach legen? Das war meine Bombe. Wow. Ich muss auf Game Mode 1 gehen. Mein Spawn Point ist in der Luft. Oh, natürlich. Oh mein Gott, jetzt fliege ich auch noch runter. Wow. Ich habe einfach fucking... Macht ihr, Leute. Nicht ärgert, dass es uns gerade übel ist. Ich glaube, meine Truhe ist weg. Ja, meine Truhe ist weg. Ich muss meine Truhe noch aufstellen. Läuft bei dir, Junge. Oh Mann, oh Mann. Und hier sind auch noch... Wow, ich habe Kohle noch bekommen. Awesome. Ich habe Betten bekommen und was. Was hast du bekommen? Ich habe 2.000 Betten bekommen. Ja, nice. Das ist ein Spawn Point. Ja, verdient. Was machst du da auch in meiner Mitte? Guck mal und tschüss. Was machst du da? Jetzt zieh dich. Alter! Alter, was explodiert hier die ganze Zeit? Ja, der Gapst vielleicht. Ach so. Kann den mal einer weg töten? Ja, ich hole ihn. Guck mal hier. Was du nicht hinkriegst, kriege ich hin. Hier brennt alles. Geh weg. Ich habe Angst vor dir. Was machst du da? Wieso hast du nur einen Schlag gebraucht, Alter? Was hast du für ein Schwert, Mann? Das Doom Sword. Ich habe dir gesagt, ich doom euch alle weg. Meine fucking Rüstung, du Arsch! You got diamonds. Nice. Oh nein, diesen... Geh weg. Aua, aua. Aua! Hör doch auf! Ich geh weg. Warum habe ich dich nicht getötet? Weil ich Gigaboots habe. Ja und? Die sind OP? Ja. Hallo. Astral-Schneemann, was du auch bist. Mehr gar, was du bist. Super Eis. Aua! Aua! Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh Mann! Da steht die Heftbahn-Sachen nicht. Was kann das da? Nichts. Was, du kannst nichts? Du bist immer gemein zu mir. Nee, gar nicht. Was ist denn das da? Ticket to Destiny. Du bist ein Ticket to Destiny. Und sowas. Mein, das Fisch ist, Mensch. Jetzt habe ich auch den, den Phantasia-Bow. Jetzt geht's los hier. Blummi-Ball. Das Schneemännchen. Du Arschloch! Hahahaha. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier oben weiter zu bauen. Das war meine Intention. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist geil. Achso. Ich mach das da. Der bringt mir auch nichts. Geh weg. Das ist das letzte, was ich momentan habe, Leute. Das waren ein Knockback-Tausend-Schuhe. Knockback gibt's bei mir nicht. Hahahaha. Oh mein Gott. Oh, Äpfel. Das ist schön. Wow. Aua! Wow. Jetzt hat man... Manu! Ich hab keine Scheile oder keine Scheile. Okay, was mache ich jetzt? Ich hab zu viel im Inventar. Ja, das hab ich auch. Imposti-Bruh. Instagram-Sneakers. Nice. Oh ja. Die Schuhe sind übel schlimm mit dem Speed. Das nervt mich voll. Power, Power. Dann nervt zurück. Alter. Du hast die nächste Power. Nein! Ticket to Destiny lass ich jetzt einfach mal wegballern. Mir egal, was hat kommen. Ist halt doch recht nice. Ähm. Mach ich das da noch auf? Das ist eventuell... Ich weiß halt nicht, was diese ganzen Tumbler-Sachen unser Zeug bringen. Ja, man. Ja, man. Oh, fuck. Wer hat da den Weg kaputt gemacht? Ich nicht. Mach's ordentlich. Du? Ja, wenigstens hab ich jetzt wieder normale Schuhe an. Aber die bringen halt auch nicht so viel, wie ich dachte. Da-di-da-dam-di-dam. Oh. Oh. Das ist meine Waffe momentan? Du Arscher! Du Arscher! Hehehehe. Och Mann, ey. Ganz wieder Wegens. Das ist toll. Äh. Komm ja nicht weg. Was? Du kommst doch nicht weg? Sollen wir dir helfen und uns zu dir bauen? Nein. Sonst hätte ich gesagt, helft mir, baut euch. Nein, das ist ein... Nein, Gigi! Ah. Oh. Ich lege. Ich bin auf dem Dach. Hast du nichts zum Blöcke abbauen? Ich doch. Wie die. Da-dam, da-dam, da-dam. Ich baue mich jetzt einfach zu dir rüber, okay? Und wenn es reicht... Oh mein Gott. Mach das nicht. Mach das nicht. Mach die weg. Mach das nicht mit dem Feuerpfeil. Tschüss. Oh, geht nicht. Egal, ich kann noch ein Teil runterschmeißen. Geh weg. Lalalala. Ah, okay. Verkämmt er sich einfach. Lalalala. Ich bin noch nicht bereit für diese Art von Konfrontation. Frag das auch positive Potions. Ich voll idiotisch. Geh dich verbuddeln. Geh dich selber verbuddeln. Ei, ei. Karotte. Ei, ei. Ich hab grad den Lucky Block einfach mit der Splitzer gehabt gebaut und nichts bekommen. Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nichts besonderes, Katze. Hast du jetzt besorgt, Bitch? Sammy from Miami? Doch. Geh weg. Kätzchen, wo ist deine Wolle? Au. Katze, ich hab deine Wolle. Verfickt. Ja. Tschöö. Scheiße. Das war knapp. Das war richtig knapp. Und ich müsste... Meine Wolle hast du gesagt, frem Arsch. Oh Mist. Bist du mich verarschen? Du hast mit einem Schlag meine komplette Rüstung zerstört. Das ist das Doomswort. Ich hab gesagt, ich doom euch alle weg. Okay. Du wirst definitiv gebaut. So. So gut ist. Katze hat die Möglichkeit jetzt da rüber zu gehen. Echt? Das schlechte ist. Ich hab keine Chance gegen euch. Nicht auf TNT stehen, wenn man mit Feuerpfei-Usern spielt. Oh. Nein! Wo ist der her? Ich hab nämlich deine Wolle. Oh. Geh er dich verbuddeln? Geh dich selber verbuddeln. Geh dich selber verbuddeln. Geh mir jetzt doch ganz nicht auf uns rufkriegen. Bin einfach down. Was soll der Scheiß? Hahaha. Was ist denn das fürn Müll? Okay, ich bin raus. Nice. Wo ist eigentlich der Early? Nice. Nice, nice. Der Early, der ist woanders. Early, du hättest jetzt die ganze Zeit schon zu mir gehen können. Und meine Wolle holen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hahaha. Ja genau, wer sagt nun, dass ich deine Wolle nicht schon nix habe? Hm, weiß noch. Also eigentlich sag ich ja, aber... Hier muss mein Inventar lernen. Ich hab hier alles voller Sättel. Warum? Katze lebt du denn noch? Ne, Katze ist raus. Ich lebe wortwörtlich in dir. Ich spektate grad dich. Na, wo ist er denn? Och nein, der ist schon... Oh, fuck. Er ist runterfallt. Du warst schuld. Ja. Toll. Warum falle ich runter? Ich sterbe nicht mal. Uts. 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 Meine Haare gehen weg. Ach du. Was hast du da für'n Kopf? Ha! Bitch, ihr habt meine Wolle dabei! Was? Damit hat Wurly gewonnen. Er hat die Wolle. Ich hab dir einfach ne fucking mega Unlucky Post in die Fresse geworfen. Ha! Ha! Und hab nen Twitter OP Schwer. Ich dachte, du hast meine Wolle nicht. Ich hatte deine Wolle. Ich hab mir die schon vorher geholt und war grad auf dem Weg zur Katze. Alter, ich hab fast das komplette Dinge bekommen. Das komplette Phantasial Equipment. Die Schuhe sind leider runtergefallen. Ich hab nen Helm bekommen. Schlag mich mal. Guck mir einfach nicht. Ich hab nen Helm bekommen. Ja, deine Rüstung ist weg. Ja, schlag mich nochmal. Oh. Ha! Du hast doch gerade gesagt, keine Rüstung ist weg. Ja, okay. Der bringt doch nichts. Protection. Ja, ich dachte, er hat meine Wolle nicht. Deswegen hab ich ihn jetzt nicht gehittet. Ha! Aber gut. Ja, nice. Ich weiß immer noch nicht, was das Ding kann, was ich hier in der Hand habe. Ja, super nice. Geht man vielleicht irgendwann mal raus, aber... Hat mir auf jeden Fall super gefallen. Leute, wenn's euch auch gefallen hat, dann lasst noch nen Däubchen oben da. Wir sind jetzt hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaut mal Katze vorbei, der hat nämlich Facecam verwendet. Au! Kann ich auch mal sehen, wie Katze... Ne? Wie ich hier im Gesicht einschlafe, während wir so was spielen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Au! Da rein! Bis dann! Hu! Hello! Tschüss!